Die Aufnahme wurde begonnen. Wir gehen jetzt raiden. Wir raiden jetzt Tokio. Den Spass, der uns zweimal geofflane raided hat. Also hatten wir die schnappste Idee, dass wir den einfach offline raiden. Dick lustig. Richtig geil. Get offline raided. Get online raided. Getrinkt. Ohne Bicke. Geil. Da hast du mal gesehen. Polenbüller. Allerweser mit der Palme los bin ich irgendwie. Hab ich was getrunken oder was ist hier mit der los? Ich weiß es mir immer, was uns Klaas gibt. Sind das mein Ding? Die sich richtig groogie bis zur Parabel. Oh, die steht. Das so und wir müssen noch das Röhren abholen. Wir gehen jetzt erstmal diesen Typen da raiden. Die schnauze voll. Der kam heute zu unserer Basis und sagte Haha, you guys got raided. Und ich sagte, yeah offline. Und er sagt, Alex kann auch bei euch ein bisschen? Ja. Hat er das gesagt? Tja. Deine Finisheit. Yeah, you guys got raided. You raid you again. Raid you again. But offline. Haha. Hat er das gesagt? Was wieder offline? Ja, next time don't go to sleep. Never go to sleep. Ja, und deshalb hatten wir die Idee, ihn zu raiden. Ich schlafe voll nicht will. Hier. Ja. Wo könntest du mir vor der Nase? Okay. Zieh bacon. Haha. Getrickt, Bit. Getrickt. also ich würd sagen wir place ein turret er hat irgendjemand von euch stoff mitgenommen für bags. ja ich hab 160 dabei. krass gell. du denkst mit das find ich cool ich denke überhaupt gar nicht mit so. ja ist auch schon ziemlich spät. ich hab ne AK das ist gut. das ist gut diese. die palme ist auch schon wieder so eine. da denkt man sich auch so ja woran das hier legen ne. ohne witz. woran das hier legen ne. die könnte man gut da könnte man sich gut drauf stellen mit dem schalldämpfer. der war doch auch drauf. ah fuck wir werden geschossen locker oder? gerade mit dem AK ja ich glaub ich schau. soll ich mal try it. oh. oi. gehen werden wir oder? weiß ich noch nicht da. ist gerade ein E-Tamil vorbeigezicht. mein herrsch. ich mach das testobjekt warte. wisst ihr was das geilste ist? ich geh nachher schlafen. denk mir so. profit. wir haben den. wir haben den main loot gefunden. oder ist das vielleicht auch nur fake. aber ich geh schlafen. denk mir profit. morgen mach ich auf und wir wurden wieder geradet. ich denk mir mal. die blöden wichser alter. also das problem ist. das problem ist. es hat damit angefangen dass wir hier gebaut haben. und dann haben uns die typen. ne hier haben wir gebaut. und dann haben wir die typen pvp tier. dann haben die uns hier geradet komplett. und auch unsere neue base hier. so dann haben wir uns hier wieder aufgebaut. aber da gibt es einen riesen compound hier direkt unten. und sonst wahrscheinlich dieser compound hier stand schon wieder offline geradet. und jetzt haben wieder die leute von hier gekillt. vom schnee. und den ganz viele akars abgezogen. und dann werden die wahrscheinlich auch raiden. aber hey. wir raiden jetzt erstmal die leute nummer eins. weil die haben viel stuff. weil die viel raiden. und wir hoffen mal. viel offline raiden. viel offline raiden. genau. und deshalb holen wir uns jetzt offline unsere sachen auch wieder zurück. naja. eigentlich war es nicht so geplant ursprünglich dass wir offline. aber. wir hatten halt einfach wahnsinnig bock mal zu raiden. und das alles zu stashen so. wird auch mega schwer. und wir wollten es halt irgendwie noch machen. folgt basti auf instagram. hashtag offline raid. hashtag offline raid. il bashto. das war schon tot. aber der compound ist schon echt hart. das ist die ganze base. da wird den schon hart. irgendwie kackt so. oh göttlich. you wanna welcome. ich würde echt mit dem was ich noch mal sag. ich bin nur so ein schwein gekillt. es kommt her und sagt ja anscheinend haben die heute pvp hier mit der mauer ich würde trotzdem hier reingehen durch das metall ding dann machen wir das auch die basis ist schon echt hart und ist schon hardcore schlecht gebaut so also wir haben einmal das ding hier dann haben wir so ein heli tower ist die heli tower ist einfach zwei hoch oder drei hoch und das dann noch irgendwie so so ein Kackkampo und so Gates hier die irgendwo so random einfach rumstehen steht ein Forschungstisch mitten in ja man passt auf da ist ein Turret obendrauf Achtung 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 da ist ein Turret innen drin das weiß ich nur von gestern vom Scouten ja dann machen wir das doch mal dann machen wir doch mal die Metallbase erstmal auf hast du mal von oben geguckt bei der Metallbase ist Metall oben wollen wir reingehen ich würde durch die Fronttür und dann weiter mal weiter gucken geil guck mal wir können wir können doch theoretisch einfach Rockets in die Mitte schießen ne mach mal das Turret hier drauf also nach vorne ja geil hast du ein bisschen Muni also ich habe noch 53 Reserve nice ja dann ich würde sagen wir gehen Rocket ne C4 Rocket und Explore Moon ist das günstigste um die Türen zu raiden wollen wir nicht in die Mitte schießen und alles aufmachen aber du weißt nicht das jetzt sieht mir nur noch im Airlock aus und was willst du dafür acht Raketen usen was ist das ja einfach Roof Stacking oder nicht habt ihr ne Hammer dabei ich denke da geht es relativ tief heim das war einfach mal gucken oder das ist Foundation hier die werden nicht so viel sich Mühe gegeben haben glaube ich komm wir machen wir die Türen boom boom das ist 76 kp das ist wahrscheinlich 1 AP 2 AP 3 Kugeln noo Kölscher und ne lechstür lechstür und Kölsch soll ja ich sag ich doch nur Erloch das ist weg Junge was ist das denn bitte wie schlecht Rakete rein einfach oder oben ist ein Warnlicht was passiert wenn man reinjobbt hier passiert gar nichts das ist nicht schon rum Rakete Rakete Achtung Turret Tz Tz No No Fuck Ich hab einen Garret ich hab auch einen Turret hinter der Türen wir haben nie einen Turret ne ok hier sind auf jeden Fall schon mal das drin ich mach nur eine Rocket hinter ok ist noch jemand da drin ja ok Achtung Turret Lass ist halt alles spraybar maximal ich würde sagen hier rein oder oder mal kurz dass ich ja ich mache drei rockets oder das ist die für geld schon dings das einfach was du holst 57 oh mein gott es ist nicht so richtig profit ist bis jetzt meint ihr das ist einfach nur die elektrizität space soweit können die nicht machen da oben sind es boxen also könnten schon aber wenn du willst ein bisschen holz wieder können wir da hoch gucken was da ist das ist echt sie behindert durch die Sommel was die wir sind ja noch nicht spüren Lund Lund Umrechte das ist alles mehr das ganz gleich um Agamara hier kann ich noch mal direkt die Dings noch auf die Dito mit Explochen vorhierend ist ein Frau Worte Fock Kummer her Kummer her Kinder hier das war nicht los und das war so erstmals zu müssen so das ist so die Begriffe uns jetzt einfach schnell ein damit sich sie also unsere neue base die hat auch licht also es ist halt wirklich also also ich glaube so schlecht schon ok kurze frage haben wir es darf zum weiter reden ich weiß nicht ich will nicht okay bist du ready warte ich warte noch ob was so wie lange bist du noch bis du reinkommst nicht lange alles klar da muss ich gerade wiesen aus der hölle also ich muss lachen aus dem aus tiefsten herzen ich mach mal das war ja ich habe eine gemacht aber das hier schon ich habe sie gedroppt es tut es auch irgendwie so wenn es lockt weil es uns noch um die nächste gewesen 39 explodieren heute ok was die geberte da wo links ja, Bitch! Habe ich was verpasst? Ich habe noch Tissi, oder? Was ist mit dem? Sind die dumm? Ja, komm mal mit! Jetzt noch mehr! Guck mal hier! Ach, das ist der Ding so oben auf dem Berg! Guck mal hier! Mach dem mal erstmal ein Chessblade! Upgrade für deinen Gearsit! So, ich mach dann jetzt die auf! Ich wollte auf dich warten! 76 Hey, was guckst du Auto-Turret? Geht direkt bitte! Jungs! WTF? Das ist nicht in ihr Ernst! WTF? 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 WTFE? WTF? aber hier ist noch ein bisschen Explosion ich weiß nicht was ich weiß nicht was also ohne Witz ich glaube ich hab noch nie jemanden gesehen der so eine beschissene Base gepost hat Jux ey wie kacke macht der diese Base gepost da war das Rio Stenters und Tokio Fribe einfach TC direkt neben Eingangsstümern k selbst online wir hätten die so easy weg gemacht hier ist ja nichts irgendwie die ist ja nichts Base ist halt maximale Krütze guck mal hier ist aber nur ne 1er Werkbank also wir müssen weiterraden Leute ich würd sagen wir gehen direkt zu der nächsten Base ja lass zur Main Base gehen einfach lass mal die Remain weiterraden hier war irgendwo ein Auto wir haben jetzt noch 6 Raketen 5 C4 2 C6 ne wir müssen den TC kaputt machen da oben ist nur ein TC 8 Raketen 8 Raketen ähm ja ja aber wenn mir keine nur ne 1er Werkbank halt ich würd erst mal ein bisschen weiterraden zu gucken bevor wir jetzt noch TC raden weil das war das mal das mal hier einfach mal gucken Leute ich hab's ich hab's wenn ich ja schon diesen Heli Tau er wollte den wollte den Heli Tau als nächstes raiden oder die wie wie hast du dabei ähm ähh das sind 5 Blöcke 8 Raketen 8 Raketen und 2 Stacks Expo Munnen so circa und noch 5 C4 die Frage ist halt was im Heli Tau natürlich drin ist ne wobei ich glaub das meist ist in der Main Base oder ich denk auch ja ja gehen wir da jetzt rein oder irgendwie so günstig wie es geht so hat sich hier auch das Prozent das hätt ich jetzt sogar nicht mal gemacht ne ich werde mit dem Heli Komitsch von oben was so gelassen egal du bist du bist du bist intelligenter das wäre richtig Typ Koko da oben was die Leiter Pinöpel Schießscharte da mit mir was ist das 3 4 Uhr alles so eine Kratze das ist wieder da oben was will der da oben schießen ich hab mir da weggecheck gemacht oder das ist die Main Base ich schätze mal oder was ist das sonst so das sind auch alles die spawnen lassen WTF alles die spawnen lassen ey was ist das das ist auch ein 2x3 Base zu sein WTF richtig weird gebaut okay mit dann ähm das hier ist sogar mein Base Design von ATTune echt ja also der innere Core sieht auf jeden Fall nach nach was aus ATTune die Bunker Base mindestens 40 Rockets to go wenn richtig gemacht mindestens ja bei dem so falsch gemacht oder äh das könnte ich nicht jetzt schon durch die Schießscharte guck mal ich sehe schon hier einen Schwachpunkt guck mal siehst du da die Schießscharte komm mal hier runter ich könnte doch Ruppets da durchschießen auf die Garage Store splashen 3 Ruppets Garage Store und dann noch das äh geht mal am besten runter dann mach ich das hier ganz Profit ja es gibt die Glocke easy ja sorry WTF wieso auch nicht so ist halt nur eine Rocket Zone ne die Base die Base die Base gehört zu den Top 10 Bars Warte mal warte mal warte mal warte mal du kannst nämlich mit Glück hier durchgucken ähh den Bucc haben sie gefixt oder die Masse jetzt habe ich dir eh schon zwei Lörpers geschossen guck mal hier ist Twig hier ist Twig haben scheiße gebaut mit ansage und wenn du glück hast steht auf dem trick drauf das heißt es ist kein scheiß die leute machen so eine kritze ich weiß nicht also ich meine wir sind schon so gleich auch wir sind schon gleich auch ich kriege jetzt glaube ich leichte mit auf die tor und auch das dienst auf das dach und wo du bist du aus das heißt das dach ist offen und jetzt kommt die tür auch bestimmt bekommen hat weil sonst wäre richtig profitiert hast du noch irgendwo trick gesehen zufällig also es kann halt echt sein dass die so kacke sind und die von der ich das tipp gelassen haben unter pc das wäre fatal ich habe das trick weg haben wir bilden priviläge haben wir ja ja haben wir also irgendwas ist gerade auf jeden fall wie sieht das jetzt aus was kommt hier noch da geht es doch nach oben und nach unten locker oder wir brauchen dix hier gar nicht sagt die garagentore die sind dazu da dass du die andere trakte kommen dass das hier geht hoch wenn ich eher alles und das nach unten oder ja ja schießt da von hier rocket wir sind in der ecke oder ne von hier hinten schieße ich die bogeyman ist so hässlich ich weiß nicht warum das ist hier aus steilen kaputt das ist nicht oder ist das aus steilen hier kaputt ja kann halt sein dass die stabilität jetzt die schieße noch drei schüsse noch äh der ist da wir werden immer laufen aber weniger ist da sehen wir die vierten das haku ja soviel ok ja dann ähm also als nächstes c4 und es wird durch die garagentore gehen hätte es gesagt ja ne ja günstigste ist c4 und dann extra mini glaube ich welche rockets hast du noch zwei rockets eins c4 und eins der extra mini plus ein bisschen gegröße ok ja wenn ich ja ja wir können so oder so nachkraften mit dem stuff ähm ist gleich offen ist so locker als ich bin auf der weg ich sag da geht nur treppe nach unten auf der weg 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 war bei auch bei oder in warte mal soll ich jetzt die dings machen hier die ich weiß nicht ich würde die wir müssen glaube ich eh so oder so nachkraften das hier geht mir doch hier hoch oder ja das scheint doch nur hier so hoch zu gehen ja aber ich kann uns auf jeden fall runter zu irgendwas und man muss kommen gerade ist jetzt ein safe boxen oder so guck mal hier geht es weiter hier ist weiter am ort geflohrt siehst du das meinst du das ist ein box was was sollen sie denn da haben ich weiß halt nicht was sie wollten warte mal warte mal ich verstehe noch nicht ganz das war auf hier amort floor so die haben hier unten keinen durchgang siehst du ja hier kurz vor dem tor ja siehst du die durchgezogen ist ja was sollen sie da hinten dran haben also auch mal klar noch die frage aber kriegen wir uns nicht durchgedingst also guck mal ich denke du kommst von da auch hier in diesen weil guck mal hier ist eine garage das ist wahrscheinlich da haben die auch in haften ja das ist genauso wie hier auf der seite schau mal dann haben die ich habe hier auch noch so komische ekelhafte schießt schon bescheidlich mhm das kann sein ja und unten geht es nicht sieht schäbig aus komisch ist okay hey this is the moment where you decide to not jump down Ah, da ist ein Turret-Safe. Seht ihr das? Ja. Wie kriegen wir das down? Nimm keine C4 mehr. Hier durch die Metall-Dings durch. Echt? Ja. Suicide Runs gehen eventuell, aber... Wir haben nur noch zwei Rockets, dann wird's schwer. Wir müssen nachcraften, glaub ich. Ja, lass nachcraften gehen. Okay. Die Reaktion. Die kommen aber hier mal nicht raus, oder so? Hä? Ohne Leid. Ja, Bitch. Ja, wir sind schon relativ tief drin. Was ist mit dieser anderen Welt, wie die Pair-Bandschen vorsteht? Wir machen einfach alles auf. Okay, wir haben jetzt die Piste schweifen. Das ist sogar nur eine Tür. Eine Tür hast du noch extra, Mann? Wollen wir da grad reingehen? Ja, ja, alles machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oder? Hab ich mich verguckt? Nein, nein, das ist schon richtig. Nein, nein, du hast recht. Was da drinnen ist. Da ist ein Garrish-Storzer noch, aber davor ist eine Box. Beziehungsweise noch ein paar Pisten. Achtung. Keine Türke. Die Leute, was ist los hier? Was ist das hier für Base? Ja. Was ist das? Let's go deep. Going deep? Big Prophet? Echt? Ne, Mann. Oh, eine Beancam. Prophet. Ne, Mann. Wie selber. Ne, Mann. Aber ich sag, hier ist auch noch was drin. Wir machen das auch noch auf. Wir machen alles auf. Wir haben eine Kiste schweife bekommen. Let's go. Wir gehen jetzt nach Hause. Und dann machen wir ganz viel... Warte, und was denkt ihr jetzt hier? Davor sind das nicht. Hä? Achso, das ist... Da ist auch eine Ofen-Base, glaub ich, oder? Nein, da waren Floor-Grills. What the fuck, ey. Ja, da sind Floor-Grills. Und ein Turret. Da ist ein Ofen. Und halt ein Turret dahinter. Ist gebaitet? Kann man hier so viel Scheiße. Ja, die Basis ist echt schlecht gebaut, irgendwie. Wieviel Explos hast du noch? Äh... Ein Rocket. Und... So... 70 Schuss, circa. 130. Dahinter geht's zu dem Ofen auf jeden Fall. Ich hab nicht vorne. Das ist dann noch circa Ofenblut. Ja, die Basis ist hier 60. Ich schätze nicht drauf. Die glaubten sich echt so, joe, das ist unser safer Bunker. Kommt keiner rein. Schlepp. 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 Das sind Bunker versteckt. Das Röl ist ja richtig geil, ey. So, wir sind jetzt hier deep beim Ofen. Holy fuck, guck dich mal bitte an. Was ist das denn hier? Jungs! The fuck! Muss ich mal die Roleplay-Ecke an. Äh... Was ist das denn hier für den Kindergarten? Hey, die können wir grillen. Hier gibt's... Allerlich cool. Das ist mal so übernehmen. Mal mal auf die Party. Richtig, die offen. Tokio Party. Ja, pass auf, dann... Nehmen wir erstmal alles so gut mit oder so gut wie. Wie krass haben die denn bitte... Äh, wir können hier die Soft-Side wegpicken. Hier ist auf. Da hinten. Mach den Tönnis weg und wir können da hinten in die Base rein. Aber... Das ist doch nur ein Durchgang. Das ist keine Base. Ja, aber wir brauchen den TC, um hier eine Tür zu setzen. Der ist oben drüber. Der ist oben drüber. Ist der oben drüber? Jaja, der ist oben drüber. Sind wir behindert? Guck mal, was die da oben gemacht haben. Ist das? What the fuck? Man kommt vielleicht sogar fast so rein. Ich glaube nicht, dass es der Durchgang ist. Ich glaube nicht, dass es der Durchgang ist. Ja klar, klar. Vorne ist ein Durchgang. Achso, booste mich mal vielleicht. Ja. Geh weg. Ist er oben? Ja. Wie ging das nochmal? Basti hat mir doch so einen Trick gezeigt. Man kann sich das so durchglitschen, oder? Ah ja, so. Mit Benzin. Nein. Hahaha. Oh. Boah, ist der Large Furnace weg. Ist aber doof jetzt für die. Hey. Hat eben da hinten aber auch noch Furnace-Base, ne? Die haben sich gut vorbereitet auf alles. Jo, dann lass doch mal Schwefel-Run machen, oder? Ja. Lass mal voll machen mit Schwefel und... Jo. So. Let's go. Was haben wir denn hier alles? Mach ne Bolt und so mit. Bisschen Laser. Oh, jetzt hab ich das Dicht kaputt gemacht. Das haben wir doch. Ich spüre ich selber eine gewisse Art von... Ich bin hier noch nicht fertig. Warte's ab. So, wer macht den Schwefel. Der muss den Schwefel groß. Also ich bin komplett voll Inventory. Mit Schwefel? Voll. Ne. Ist überhaupt irgendjemand Schwefel dabei? Ich hab Haku dabei. Fuck. Kann man das irgendwie stacken? Ne, ne? Okay, pass auf. Ich lock das weg, das kann weg. Bean kann fahren weg. Ich lass mal die Spritzen einfach hier. Kann ich mir dann einfach wieder mitmachen. Wir brauchen halt eigentlich das ganze Schwefel jetzt auf uns. Weil... Ja. Wir fangen hier gleich mit dem Helion her und dann... Das ist egal. Sorry. Pass auf, ich hab sonst noch eine Idee wie ich noch an mehr stuff dran komme. Ich glaub der Outpost hat jetzt Hass auf mich, ne? Dann kaputt. Ja, easy. Ja, lass mal können wir nicht auch eine 2 erbauen. Kann ich dir ein bisschen Dings geben? Ja, was du ein bisschen? 556. 8 noch? Kannst du wie stacken? Ne. Aber das ist schon volles Deck. Ich hab zwei volle Stacks, ja. Okay. Ah, wir können das in... Pack mal ein Stack hier ins Tölt, ja man. Jetzt gehst du. Haben wir denn überhaupt genug Kohle? Ja, wir haben viel Kohle auf jeden Fall. Oh, der Outpost hasst mich. Was für eine Überraschung. Was hast du da schon wieder getan, Toki? Ach, wenn man Sachen in anderen Leuten zerstört hat, hast mich einig. No. Ach, ich spiel das mal. Jetzt haben wir hier noch 4.000 Schwefel. Also ich hab jetzt... Keine Ahnung. Ich könnte auch noch so einmal Spritzen noch da lassen. Ich hab noch einen Turret, aber das können wir gleich direkt stellen, würde ich sagen. Ja, scheiß mal auf die 40. Ja, das tut. Wir haben alle Schwefel eigentlich. Ich hab sogar 94 Benzin, falls wir ein Pd finden. Nice. Oh, geil. Haben wir eigentlich Berg 4? Ich hab's doch gesagt. Das war halt echt. So richtig dumm halt. So richtig dumm halt. So richtig dumm, ja. Das war die geheime Bunker-Base. Lass den Bunker auslocken! Zwei Hakute! Das ist mein Lot. Keine Ahnung. Da wo schon Honey kommt, ne? Ja, Bitch. Ja, Bitch. Ja, Bitch. Ja, Bitch. Ja, Bitch. Ich hab richtig Bock, dass die den Server quitten. Ja ha 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 ha. Hörte den Zuid. Oh oh. Oh oh, we are fucked. Oh, Bitch. Ich hab' die geschlagen, Albastu. Oh, Bitch. Schießt die mich übrigens? Nah. Oh, die sind jetzt von der Kraftwerk geflogen. Oh Gott. ja pass auf dann craften wir jetzt zu dritt wir machen jetzt ameisen strategie jeder ein bisschen gunpowder so zu dritt aufteilen dann geht es richtig fast das fuck dann macht der basti das zu den ganzen scheiß hin und her fletzen ach nein erst mal machen wir craften dann können wir da länger bleiben ich kann eh nicht viel craften ich kann die ganze zeit her fliegen der porto er okay war da wenn du ein Heli hast klar dann kannst du hin und her fliegen ich finde sie ein wir haben noch ein das stimmt dann mache ich uns gleich mal haben wir noch irgendwo holz schon mal vorab gefragt für die Kisten ich habe auch gerade noch gebrannt währenddessen noch mehr schweife ok ja man let's go lego wir haben an sich alles dafür da metall schwefel ich habe noch 800 metallfragmente mitgenommen weil ich genug weiß unser abliefer doch auf 9 30 minuten oder so ach du kacke ok ich bin leise das ist natürlich sick ok ok komplett passend ist los ok ok oh das ist ein shotgun-trap aber ich glaube nicht dass die das waren die uns gestern geradet haben ich glaube das war nochmal andere ja gut na ich werde nur kurz dieses öl abholen es gibt es 2 3 3 holen holen es mit er wird es muss es wird es gibt es gibt wir haben jetzt wieder einen zu den neuen im letzten tag laufen alle früh die m249 rum habe ich richtig bock drauf ja wir hatten ja drei oder so ja man werden wir hatten ich glaube nicht drei hier war ein scientist blöd hier ist auch ein scientist das bringt mich um ich sag es ja er auch und vor doch und nein krepp und dann hieß das was Nice. Hey, wir können Scrap 1249 jetzt erstmal eh benutzen für Silent Raid, für Mid-Expo. Machst du mir immer noch ein paar Dropboxen? Ja. Ich brauche nur Holz dafür gleich. Das passt gut. Wollen wir eigentlich Turrets an allen Ecken auf dem Dach noch platzieren, wie Toki das gesagt hat? Ich finde die Idee echt gut. Das ist ein Puppe. Wie wohl weiter? Warte. Hier ist noch Platz im Drop-Off-Lating-Rum. Ihr könnt euch hier abladen, ne? Aber den Schwefel müssen wir natürlich nach unten bringen. Das mache ich jetzt auch mal. Sortieren können wir dann später. Oder morgen. Ich bin so die ganze Base. Ich glaube es gibt echt keinen Morgen. Fuck. Okay. So. Bleibt durch, sitzen wir so um 15 Uhr hier. Und ich übermorgen, oder ne, so in drei Tagen lade ich dann das Video hoch so. Wahnsinn. So. 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 ich bin ich bin Prozent nur Problem diese Kompensation schon wieder und freut wir brauchen holz ich brauche jetzt erstmal Kisten alter hier ja ich hab 4 Kisten jetzt ready, 4 leere im Drop-Off-Loothing um, rechte Seite ist jetzt fertig hier die anderen Kisten sind auch noch leer ne Welte? ja im Drop-Off-Loothing um draußen weißt du, neben der Eingangstür links, da ist so dieser Raum da sind, da sind glaube ich 6 Kisten nice also 4 save haha, geht direkt so 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 wie ein bisschen Licht nice ich werde es einfach rein ne ja er tut sich da komplett ab ach ganz entspannt bro ich meine wenn wir jetzt schon mal raiden und es wird spät dann wird es halt spät so da können wir jetzt nun mal auch nichts an ändern wir kommen eh morgen online und es wird geradet sowas zu mir sagen ja, safe call ne ist ja auch noch ganz viel ich finde immer wieder neue Holzkohle irgendwie in dieser Base hm jetzt hab ich schon fast keinen Schiff mehr und das wird doch noch richtig was abgeben ne an Sprengzeug mit der Kiste wie wir kommen ein Kassel vor dem Ding weil das Schöne ist, die werden es nicht zurückbekommen weil wir alles was die hatten schon von Craften auf die Baller die Rudi dahinter einfach und dann passt schon ja bitch knows the way ne ganze Kiste voll ey vor allem so wenn ich sowas hab, dann benutze ich das direkt ja das ist was jetzt passiert ne ganze Kiste voll ne ganze Kiste voll die Ölraffinerie ist übrigens komplett voll soll ich uns den Heli gleich eben machen wenn der kommt mit die M249 mit die? oh ich will aber auch mitmachen dann ja man lass mal's zusammen machen ey komm mach mal kurz ans Dach lass mal fuck ey Toki du hast keine Craftingsachen so großartig oder? eh wot pff ja er so ganz müde so weiß gar nicht was das ist ich weiß gar nicht was das ist ich bin überhaupt von der Bild ja komm mal zu weg von Level 3 Toki ich mach ein bisschen einiger fast was war schwer ja ich bin da bin auf Weg so ok Tobi Ficke hier ja nee ab's bald warte piep mal ah ich bin Gott ok ja komm komm mal pass mal auf nimm du mal Toki das hier das hier und Kraft mal zwei so vor diesem Metallshop fronten ok und dann treffen uns auf dem Dach cool er ist jetzt Turret ah und dann autorisieren und dann und dann und dann und dann und dann und dann und xx Kotoki brach auch noch Das ist echt anstrengend, ich sehe schon mal gar nix, ja. Ist da auch noch ein Turret, warte mal, mach mal richtig in die Kante, wenn du eins hast. Hier so hin? Ja, man. Alter, so zu Binder werd ich das Turret. Boah. Okay, dann haben wir jetzt schon zwei. Ja, wo ist es denn? Ach, Rippe Roni, ey. Soll ich dir einen Headshot geben? Ah, ich komm mal. Ist das so keiner? Turret schiebt sich die ganze Hälfte nach hinten wieder. Digga, wo bin ich überhaupt? Hallo. Ich glaube, Toki ist ein bisschen wütend, oder? Ja, Mann. Alles gut. Das andere Shop-Ding auch schon fertig, Toki? Ja, ja. Aber mach richtig in, ne? Nach innen muss das Ding zeigen. Ja, Mann. Boah. Ich bin godlike. Ey. Er weiß, was so kleine Geschichten hier sind. Ey, hier ist noch ein Turret, hier ist noch einer. Was, die hat hier hinten noch eine gesetzt? Wo? Hier? Ja, den, den hab ich schon, nein. Okay, also hast du beide, ja, nice. Dann mach ich die mal auf. Äh, easy. Easy boy. Ne, ne, ich hab dir was zu sagen. Was denn? Ich werde den Tag nie vergessen. Dem ihr Cap. Jagami Sparrow. Fast gestattet. Soll ich dich hier lösen? Ja, alles gut. Bisschen kalt hier unten. Oh, na. Hi. Ja. So, ja. Hm. Warte mal. Dann zieh dich doch mal an, hier. Die ist ein Guri und Rose. Ich zieh mich gleich drüben an. Die sind übel spendabel heute. Meinst du? Ja, Mann. Geil. Tokio hat schon gesagt, hier nimm alles. Ist okay. 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 Nee. Okay. Ich kaufe noch eine. Ja, gönn dir mal. Gönn ja, Mie. Oh, ja, mein Süß. Das geht so so geil gesagt. Das ist so, wie du... Räumei. Geh mal rauchen. Ja, genau. Räumei. Scheiße, sind wir da voll mit kranken und Bakterien. Pah! So. Lululul. Jo, Basti. Wie viel hast du denn schon fertig so an Gynpowder? Kannst du schon Explosive Craft machen, weil ich kann das Blueprint nicht. Oder du lernst es mir direkt. Ich meine, wir haben noch über 1000 Scrap. Komm. Ja, Mann. Ich mach mir das direkt. Irgendwo war da noch ein Explosive Craft hier oben. Ah, er macht Öl ziehen. Oder? Ja? Lässt du dir grad einen? Hat sich voll so angehört, dann. Ich hör so. Gibt's dir grad die 10 oder so? Ah. Schöne Puzze. Sehr gut, sehr gut. Hast du schon Explosive Craft? Mach mir mal einen, dann crafte ich selber auf mich. Ich mach mir ein Blueprint. Boah, ihr reicht's gut. Ging. Nicht? Mh, mh. Wir haben doch noch so viel Scrap. Ich hab doch alles researched, oder? Nur C4 fehlt. Aber den Rest haben wir doch alles. Rocket Launch hab ich. Rocket hab ich. Du hast Explosive. Wir haben komplett Full Gear. Wir haben Metalltür. Ja, okay, warte. Eine HQ-Tür fehlt noch. Die Single Door fehlt uns noch. Wollen wir die eher machen? Was ist denn jetzt so? Uns fehlt nur noch die HQ Single Door. Und C4. Ach, kein Sprengstoff, Alter. Nee? Nee. Okay. Ich würde dir sonst craften helfen, aber bist du schon am Sprengstoff craften? Ich crafte gerade gar nichts, deswegen gib mal. Ja, hier. Hier, hier, hier. Ich such mal noch mehr von dem Stuff zusammen. Es fehlt auf jeden Fall noch Low Grade. Ich hab auch noch Low Grade. Ich hab auch noch Low Grade. Genügend. Ja, so. Ja, schon. Warum nicht? Hier, nimm mal das alles auf. Craften und daraus Explosives. Nice. Ich geh mal draußen gucken, bei dem Ofen. Ich werd's dann noch ein bisschen Metall jetzt. In dem großen. Großer Ofen. Da, 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 da. Ja, moin. Jetzt wird's schon halb sieben. Alle komplett müde. Alle wollen ins Bett. Und wir raiden. Das ist immer so der perfekte Zeitpunkt, um eigentlich nicht raiden zu gehen. Aber wir müssen's tun, damit wir halt einfach nicht geofflandet werden. Und wieder von 0 anfangen. Weil wir wollen schon irgendwie nicht geofflandet werden. Offland, wie denn offline? So, warte mal. Ja, cool. Wir haben einfach schon wieder jetzt zu haben. Ja. Die Kiste ist fertig. Wollen wir die grad mal holen? Zahne, natürlich. Oh. Ja, wir haben ja die Heli ganz schnell. Craften wir doch erstmal weiter. Ja, ja, Gami, würdest du die kurz holen? Äh, ja, kann ich gleich machen. Genau, du kannst mir dann die fertigen Explosives geben und ich mach direkt den Rappets. Das ist gut, dass ich Rappets gelernt hab. Das ist so, Crafting-Afteilung. Oh ja, wenn du noch eins gleich hast, dann kann ich noch eine direkt machen. Hast du noch eine? Ja. Eins, einziges. Brauchst du Koks? Hier, Koks, ein Kilo. Boah, danke für Koks. Ich geb dir noch eine, weil du cool bist. Danke. Aber nehm nicht alles, noch eine. Jö, die kannst du zwei Packets dropen. Ja, brauchst du was. Das war voll das Verwirrte, ey. Meine Ohren sind schon so richtig ölig von dem ganzen Headset tragen und zocken. Nee. Nicht geil. Oh, ja, ja. Outpost wollte mich gerade aus dem Heli holen, Alter. Echt jetzt? Jo. Alle, die sind los. Der Timer aufgeploppt, so. Jo, Digga, du bist ja nicht erwünscht, na? Nö. Nee. Und ich so, okay, flieg ich halt weiter. Was ist los? Wo schießt du? Schießt auf diese Flugzeuger. Ich finde, wir haben schon sehr gute Kaku-Krohre jetzt, aber ist nicht zu, ist irgendwie Kacke. Fehlt genau ein Mauer. Sagen die so, hey, guck mal hier. Riesen-Krohre. Die Autotore ist überall, aber guck mal. Ich habe die vergessen zuzumachen. Die sind dumm. Ist gar nicht zu. Vitali, guck. Ich steige Fünfwurst. Also, unser Dach ist auch sick. Was war drin in der Box? Äh, ich war noch nicht gucken. Geh gleich essen. Gibt's doch nicht. Naja, du, da. Was soll den Scheiß? Den Scheiß? Was soll den Scheiß? Äh, was soll den Scheiß? Wo bist du, Elbastor? Elbastor? Was du machen? Wo ist der Explosiv? Gib mir kurz. Hier, sei ruhig. Reicht, wie für morgen. Brauch mehr. Nein. Ich kann alles wieder weggesnirft. Okay, haben du noch ein bisschen... Wie viel Kraft kann ich noch an der Sprengstoff? Ähm. Okay, die kommt. Geile Antwort. Echt jetzt? Lass du, mach mal die Turils weg da oben, Alter. Wenn wir den Heli machen. Ah, rip. Ja, machst du dich direkt. Nee. Hast du ein Hammer? Ich kann auch keinen werfen. Äh, ich kann auch Klingkräften packen. Äh, Torki, lande den nicht auf dem Dach. Lande den irgendwo anders. Naja. Ich tue ihn noch ab. Schau. Dann kommst du wieder weg. Soll ich einfach Open Field mit einem Magazin machen? Wir haben keinen Hammer hier. Keine einzige. Was ist jetzt? Ja, was jetzt? Oh, Borscht. Machen wir schnell, okay? Geht nichts kaputt. Alles versichert. Ich habe trotzdem die Munition aus dem Turils geholt, ne? Okay. Alles versichert. Okay. Ich glaube, keine Bolt. Ich sage, das Turils geht kaputt. Du hast keine Bolt. Nee, ich bin hier mit Polo M249, ob ich irgendetwas sehe. Aber ich nix sehe. Torki, kann man eigentlich die Sitzplätze wechseln? Von was? Und während des Fliegens? Nee. Du schützt ab. Du machst instanten Job und dann ist Feierabend. Ciao. Ciao. Ja, ich habe es probiert, war nicht so geil. Oh ja, Rocket Launcher C4, Double Armour. Hallo. Das hat sich gelohnt. Headshot, dead. Body hit. I have to reload. Oh shit, I got wrecked. I have to... I have to... ...X-20 HP, I give me medical syringe. Heal medical... Okay, now headshot, dead. Nice, nice shot, nice shot. Another one coming at gate. Headshot, dead. I see a guy at gate. I see two. I spray AK. He's dead. M249. Oh, AK pushing in gate. Quadro headshot. Quadro headshot. Quadro headshot. Dead. Dead, all dead. All dead. Oh, crossbow guy. Headshot, dead. He's dead. I, I no scope. Dead. 360 guy running, no scope. Headshot, dead. 360, dead. No scope. 360, no scope. Oh, I forgot to reload. Oh, I forgot to reload. I got to reload. I got to reload. I got to reload. 360, no? Yeah, man, ich merke die halt echt. Ich glaube, jeder hat sich in irgendeine Waffe verliebt, oder? Normalerweise finde ich M249 am kurzen, aber ich habe mich in eine Waffe auf jeden Fall auch noch verliebt, seit kurzem L96 Und da ich die AK immer weiter zocke, komme ich mit der auch mittlerweile echt gut klar so Aber klar Jungs, ich meine, M249 ist schon M249 so, ne? Da gibt es M3-Hits und der ist halt dead so So ohne Schally Was machen Helikopter? Hier die Kayn immer noch, also die Reprayern immer noch Sachen Ich habe jetzt neun Rockets schon gecraftet, hast du noch Sprengstoff auf dir? Ja, warte kurz Ich habe nämlich noch 2000 Gunpowder, ich habe Pipes, ich baue nur Sprengstoff 2000 Gunpowder Ja Eventuell könnte ich dir auch noch was geben zum Craften von Explosives, wieviel hast du denn noch so in der Wartig-Crafting-Schleife? Ja nichts, warte, jetzt mache ich aber Sprengstoff, bist du bereit? Nochmal 11 Hier, dann nochmal, was noch? Und ich suche mir noch Schwefel, dann mache ich nochmal Gunpowder, hier war dann noch eine gute Box Noch eine Box, für den Buasto. Kriegst du gleich noch mehr? Wo ist er? Helikopter? Ich weiß nicht. Ich glaube ihr habt. Das ist ein Cheater. So viel Trash Talk um Crafting. Aber klar, das ist nunmal auch in meinen Videos enthalten. Die werden nämlich nicht editiert hochgeladen. Weil das ist, finde ich, extrem witzig. Ich sehe einfach komplett so ein chaotisches Gameplay. Von den Chaoten. Von El Buasto, Yagami und Yahiko. Aka, ESDEF, Aka, äh... Alpha Aka Wardart. Aka Wardart. Deine Krize! Sie ist eine Zeit lang Alpha Aka Wardart. Das war doch ein geiler Username. Ich sehe hier Helikopter, der jetzt schon dead. Oh, ich kann echt das abdrücken. Ich sehe hier Helikopter. Ich sehe hier Helikopter. Ich sehe hier. Er ist auf der Laufzeit. Er ist auf der Laufzeit um den Bildung. Jetzt sehe ich auf der Laufzeit. Es ist der beste, ich kann es nicht sehen. Oh, es war so nah. Warum nicht ich ihn? Warum nicht ich ihn? Ich weiß nicht, ich glaube, er ist ein Fehler. Er hat einen Fehler. Meine Böcke sind nicht schnell. Warum kommt es? Ich habe einen schönen Angriff. Er hat einen Angriff. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Hast du das gesehen? Er kommt direkt mit der Rocket. Jetzt direkt wegkratzen. Ach du. Warte noch eine Sekunde. Es sollen Helikopter ein bisschen näher kommen. Jetzt. Was macht Helikopter jetzt? Er ist down. Ich glaube ich habe ihn gecrashed. Es ist gut gecrashed. Ich glaube. Es ist gut gecrashed. Ich glaube. Ich gehe auch da. Kann man das nicht auch mit... Warte mal kurz. Komm mal her. Gibst du mir Explosive? Du kannst auch noch hier... Du kannst auch noch Dings craften Gunpowder. Und hier noch 20 Gunpowder. Verrückt, oder? Crazy. Verrückt, oder? Total verrückt. Ich habe schon wieder richtig viel Stuff. Achso. Ich gehe noch die Turrets befüllen. Glauben Turrets hart was abgekommen? Lass mal Buka. Buka. Oh ja. Das ist mein Rauchen. Das ist mein Rauchen. Ich glaube das eine Turret ist dead. Ich glaube es ist ein bisschen ein Smoke. Aber nur ein kleines bisschen. Hast du Hammer? Ich habe nicht. Shit. Ich will die Versager. Ich gehe nicht. Ich gehe nicht. Weil die Versager... Du bist so richtig dumm so. Richtig dumm so. Ja zumal glaub ich eigentlich gerade. Wenn da 24 drin sind ... Ich mach glaube ich direkt die Raid Base auf. Ja wenn da 24 drin sind ... Mach auf den Scheiß. Vitali. Wenn da vier drin sind, dann mach ich das. Okay, wenn vier ist, ist auch ein guter Plan. Toki, du hast schon ganze Zeit gemovt. Echt, Ehrenmann. Oh, was ist der Mann? M39 Headshot 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 Geht Headshot 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 Was du schon wieder nicht fora vitalik hab ich doch gesagt, die Mokun, das K.P. 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 Ich glaube, ich lasse das M1299 gleich hier. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich will ich es mitnehmen, aber... Ach, eigentlich ist es auch schwer so. Geh auf den Rücken. Geh auf meinen Rücken, du weißt. Fick dich erst nimm! Vitalik, guck mal lieber, dass die Kiste noch nicht ausbrennen. Wow, ich hab voll tot. Ich hab schon tot. AK Bolt. Er war sogar gerade so leicht rein gescoped, wenn ich mich nicht recht irre. Ich würd's mir wahnsinnig gern morgen noch mal auf dem Video angucken. Wenn das dann so in 10 Stunden... 24 Stunden hochgeladen ist. Weil das wahrscheinlich wieder ewig langer wird. M249. Echt jetzt? Boah. Eie. Geil. Guy shooting at me, M2. AI ist ihm, wenn ich start shooting. Nein, lieber nicht. Der ist lockerlich wieder voll. Natürlich nicht. So, natürlich nicht. So, was, der Waffelst du probieren? Profit. Profit. Profit 5. Ey, willst du was witzig wär? Einfach nur so, just for the meme. Lass mal ne Basis bauen, so ne richtig große. Und drausschreiben mit nem Schild draußen an der Basis, was drin ist. Dreimal M249. Sieben Brandraketen. Oh. 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 Sundra. Da müssen wir gar nicht dieses Ding weg springen, oder? Ne. Schießen wir noch Brandraketen rein. Mach ich noch Raketenwerfer, Vitali? Und dann geht's ab. Ich komme jetzt runter vom Dach. Ey, wir können die auch locker so schießen, dass wir halt noch Schaden darbekommen, ne? Ups, krabb ich auszusehen im 249-Sport. Okay, Leute, ich mach heute durch. Ich mach keinen Sinn jetzt mal pennen zu gehen, das ist schon... Naja, doch. Scheiß auf Schlafrhythmus, du brauchst... Ne, ne, ohne Witz. Eins kann ich dir sagen, was ich jetzt auch schon über längere Zeit gemerkt hab. Scheiß auf Schlafrhythmus, wenn's um, äh, Dings geht. Wenn's um Müdigkeit geht. Nö, ich bin ja gar nicht müde, das ist ja das Problem. Ach, du wirst noch müde nach dem Raid und zwar. Ja, keine Ahnung. Das Ding ist halt, wann ist der Raid zu Ende? Sagen wir das. Ja, das nächste Mal, dann finden wir noch ne Schwisskiste, Schwervermacht noch die Hofmasen auf, damit die anderen nichts mehr haben. Ja klar. Weil ich will, dass die nichts mehr haben. Ja man, ich will eigentlich den Foundation Tower, äh, den Foundation Tower weiten. Den Tower Foundation weiten. Haha, ich bin schon nett. Haha, Beach. You funny, Beach, right? Hast du die Exblumen aufgehoben? Ja. Wollen wir dann los? Wollen wir dann los? Also ich guck mal, ich hab jetzt eins, zwei... Ich hab jetzt, äh... So viele Rockets. Lass mal sehen. Das sind eins, zwei... Neun, zwölf, fünfzehn... Ich hab jetzt 17 Rockets. Plus fünf Brandraketen. Und ich crafte nochmal zwei Rocket Launcher, weil ich weiß genau, was wir jetzt gleich machen werden. Wir werden so Suicide Runs machen. Also, haben wir noch irgendwas zum Craften? Wasch du? Nein? Nichts mehr? Ich bringe auch mal die Sachen runter. Okay. Okay. Ich werde dann auch ready so zum... Losgehen. Sollen wir dann einfach wieder losrennen? Ich brauche noch Skin auf meinen Sniper. Weil ich mag Bolt nicht so. Weißt du? Sieht aus wie Fisch. Nicht so wie Sniper. Mach ich den? Oder mach ich lieber diesen Weihnachtsgen? Weihnachtliche Stimmung? Ja, Mann. Eben im März. Weil wir im Februar. Let's go. Reb. Reb. Reb me. Helden auf Schwefel-Suche. Ey, wisst du was witzig wär? So ne neue Serie so auf ProSieben oder... RTL 2. Auf der Suche nach Schwefel. Einfach so ne Dokumentationsserie. So vom Land in Rost Zocken. Und Schwefel-Suche. Ich würd's mir angucken. Und heute... Willkommen wieder bei... Ich hol dich gleich. Ha! Das wär gar nicht aufgefallen. Ich bin einfach eingestiegen so. Nein! Wasch du! Wir haben noch keine Backstaben, oder? Wir haben noch nicht gefordert, oder? Ja, wir haben noch gearbeitet, oder? Wir haben noch nie. Wir haben noch nie gemacht. Be eyebern. Wir haben mehr lege und wir haben. operations was sieht hier aus hier ist eine spitzhacke glaube ich nicht die spontanität ok ja natürlich alter gott am 8 kisten voll mit scheiße darum verkehrschild jacke brauche ich nicht was da gerne kannst du das wasser ok wir haben gar keine berks oder keine berks hast du stoff ich kräfte gerade drei packs ok überlegen ob ich schon mal den suicide run machen einfach eine branntrakete reinbombe wenn da oder manche ich bin richtig sick und ich schaff das da eine reinzubomben bloß wieder hoch zu jumpen weil ich einfach schnell fast das fakt bin geht das jemals hin ne du schaffst es nicht sicher ne komm mal her wo bist du im heli zufällig ich feier es wenn du nachts raus gehst und es ist noch warm und so schwitzt im kaputzen pulli ja aber deswegen ziehst du auch keinen kaputzen pulli an oder weiß ich noch im winter einmal waren wir voll auf harman weißt du war ich ja mit meinem alten kumpel waren wir draußen haben wieder geraucht mit rickert und rickert draußen haben wir geraucht du weißt was er gerade hatte ich drei jogginghosen an trotzdem haben hoden gefroren naja gami was machst du da für scheiße fliege ich hähnig nimm mal rakete hier nimm deine mal rakete ich mach jetzt suicide ran auf die dach zeig ich euch jetzt ich weiß dass ich bin ok die rocke rollen hier so durch die gegend ihr sollt aufnehmen naja sind stehen geblieben jetzt ist gut kommt nehmt auf damit nicht die sport brauchen wir noch um basis kaputt zu machen ich kann nicht mehr aufnehmen ich greife noch eine rocket launcher eine letzte fertig in 13 sekunden kannst du sehen wie ich du hast länger schlafsäcke ok finde ich gut gute idee hier kann ich kriegst du von mir noch in zwei sekunden eine neue rocket launcher haha wissen wir also sehen wie ich das schaffe ich hoffe dass hier kann saf poll nicht laser ist wo weil es muss dich schon umgedreht rein schicken warte 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 ich mache gut das sieht eher schäbig ja das sind schon besser habe ich geschafft bin ich sehr gut oder hast du diesen verdient und diesen und diesen meinst du ich habe es so heftig gut getroffen damit habe ich mir mein stuff wieder verdient hey bastel gib mir mein stuff boah boah da könnt ihr runter ist keine andere tue mehr was hast du ja da 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 für taktische handschuhe koste noch zwei medical syringe und ein bisschen 556 weil irgendwie mein 556 und syringes was ist das hier für schaffte soll ich auch noch eine droppe oder was oder doch eigentlich wäre das gut oder rechts hier das amort auch machen oder seid ehrlich man denkt ihr das nur mal unten ist und ist eine vollwall spray halt dahin wie viele rockets brauchen wir gleich noch mal du hast auch welche ne bastel kriegen wir hin oder eigentlich mit rockets einfach in die ecke oder was kann man unten rechts bei dem stein in die sind alles haben was hier noch aber das ist das ist er ohne jetzt guck mal das hier sind zwei haus übereinander bei haku aber erst so diese rillen da bei dem das ist keine haupt und das ist eine normale wollen nein 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 die haben softzeit hier gemacht ich meine nein nein das ist softzeit und das ist hartzeit eins von beiden ist softzeit das heißt es wäre günstiger dadurch ich glaube sogar fast das ist das hier nein das ist da das glaube ich nicht nein hast du was zum bauen hast du holz dabei hast du ja okay ich zeige euch das wirklich so wenn ich recht habe bekomme ich eine wodka ja ja klar wir haben doch noch richtig viel saftan der tot die Tokio hat schon alles diesbaut da war es ist und so gut wie der entgegen die kiste schweb noch nicht diesbaut hinten liegt 250 kurschule macht ähm was war das eine hv rakete kannst du in torne kloppen ich hab hammer basti ok ich gucke meine vermutung zwei kraft walls übereinander für ruf stacking obwohl geht auch ohne kraft ist wollen sehen ob ich recht habe es zwei seiten ich habe recht genauso wie andere aber bei half walls sieht die sehen beide seiten gleich aus ich habe mir das mal angeguckt die soft side und die hard side sehen gleich aus das sind ja das ist das ist ganz safe 87 prozent das ist ganz safe hier unten gehst du ja da müssen wir durch siehst du hier die untere siehst du die untere hier diese 87 prozent die müssen wir dann machen ja mann die das doch hier in die mitte da so da machen wir kaputt gefährte ja ich hab ich ist irgendwie kaputt gegangen ist schon ganz schnell draußen muss ich ganz schnell vorrat zu machen ich mag mich so sonderlich wenn ich noch zocke du weißt vital ich bin da sehr empfindlich wie ein vampir brauche ich ganz schade beim zocken sehe ich sonst nichts computer brauche nachhalt scheiße wie dann ich hätte wieder mit ok was ist denn das hier für scheiße warte 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 man sehen schon okay da ist das tc da hinten in dem dach vielleicht kriegen wir das mit gedamaged weiß ich meine so ja wenn ich da runter schießen auf die ecke vom dach so weißt du ich kann der mensch machen einfach alles damit glaube ich also vielleicht machen wir dem dach halt auch der mensch ist jetzt gut macht kaputt wie die okay ich schieße achtung verbrannt rakete idiota das könnte ich mit exklima nicht aufmachen warte eine sekunde lade ich schnell explose 556 oh und hv rakete auch noch weil hv ist eh bullshit lasst mich die hv schnell schießen weil die ist stupid ha looting room wer sagt denn dahinter ist wahrscheinlich tissi jetzt wird es teuer vitali was passiert wenn ich jumpen denkst ich bin dead vitali vitali get me the water i don't have water bitch i am burning bitch oh no this was bad idea no oh shit this is not a good source so vor ort vortimes i hate quality und da hinten siehst du gleich die weiteren kisten hast du gesehen oh ist hier offen dahinter ja das ist offen getrackt bitch ja gut leute die kommen jetzt wieder hier hoch ganz einfach erstmal anziehen danach wird es weiter wir brauchen kurz ich hab idee ich hab holz ich hab holz ich hab holz hörst du holz ok oder auch ich bauplan das holen wir dich hier vor zum laser lass uns mal die habt ihr was zum hauen oder so ich hab mal den stein ach ballast weg to be honest trigger machine get boosted bitch ja guck rufstack da ist tc drin ach wirklich ich hätte nicht gedacht dass da tc drin ich bin der erste el sinki busketa guck mal hier das gehört zusammen ist deine einzige zerg guck mal kriegen wir hier haben am 92 makro aber das ist meiner ich ziehe aus face mask weil es full life ist dead headshot dead 1000 1400 scrap da drunter ist halt noch ein turret ey machen wir das am besten ey wir können doch einfach hier das holz kaputt machen oder nicht da ist auch eine kiste eh drunter ich mach das warte lass mal diese garage dort eh kaputt machen einfach mal mit ich hab echt schon bunker gebaut wirklich lasst du ich bin cool ich bin cool ich bin cool ich bin cool wir spielen die M92 mit holos sei das ist also manch manna da ist mit über das ist Kreuz gut v die kommen wir nicht hoch das ist auch so zu das braucht noch bisschen den hübsch da ist das da ist das lol ich muss ihn noch schließen wegen der Ich habe einen Dach wegen dem Dings In der Gerichtstor Ja, Kiko hat dich Ja, Kiko, ist das Gehör-Guy Killed mich mit dem Rockett Noskop Oh was war das? Ich habe Headshot-Sound geholfen Oh, er hat auch einen M9-2 M3-3 Ich will auch gucken Ich sehe nicht Ja, Leute, ich habe einen sehr grossen Profit gefunden So, rein hier Oh, don't take it, I wanna see with my eyes, okay? Wie ist my eyes so? Ich habe noch eine Minute Respawning-Timer, aber ist gut um meine Dehydration mal wieder aufzufüllen mit freshem Wasser Also haben die, Alter, das ist so minderwertig wie die Zucken, ey, ekelhaft So, hier, was geht's hier? Viel minderwertiger sind meine Jumping Crouch-Skills noch viele M1-3 Bist du immer noch nicht da hochgekommen? Neee! Es ist doch ganz einfach Halt die Schnauze! Ich zeig dir gleich, wenn ich komme, wie geht's Ich zeig dir gleich, wenn ich komme, wie geht's Oh, wenn du kommst Oh, wenn du kommst Na nie Na ja Boah, diese Mistratten, ey, wie sie auch den Skin von uns geklaut haben Punisher-Maskrata aufgeschraubt, dachte sich, ich bin der Punisher Get punished by the Punisher-Beach Get Punisher Junge, die wurden so gerackt, ey Mach mal mit dem Das ist interessant Also, der Typ, den wir dachten Dieser El-Sinki-Bruschetta Der uns das zweite Mal jetzt geradet hat Gehört also auch noch zu den LOL Die Ironie halt einfach dahinter, ne? Ah Also, ich würd sagen, wir machen jetzt noch den TC Der ist nämlich hier Ich geh jetzt erstmal einmal kurz Ja, da ist auch Main-Loot drin Also im Sinne von, äh, da ist noch eine Gissel mit der Klausel Oh, nee, warte mal, warte mal kurz Ich glaube, der TC ist gar nicht dahin Doch, doch, doch Du bist hier gar nicht reingekommen Ach, meinst du, man kommt nur rein mit einer Wall? Äh, mit einem Roof kommst du rein Hinten ist da auch noch eine Dings Ah, fuck War, ist doch ein bisschen schwieriger Nämlich zurück Wie genau haben wir da eben gemacht den Jump? Ei So So Und dann bist du hier so Und dann bist du hier so Ich erinnere mich Ja Bist du dumm? Ah Komm hier Mach Ah, gibst du Boost? Ah, schön Dankeschön Sehr entspannt Vitali Ich loote schnell mein Body, ok Was ist hier los? Hier war Auto-Turret Ah, ok, hier ist noch Turret Was haben wir hier? Profit Was ist hier? Metal Face Mask Was ist da hinter? Wir müssen... Alter, ganz viel Stoff Was ist hier? Flash Hier oben ist auch noch eine Roofbox Sie haben ja nicht mal einen richtigen Rooka gebaut Die Fluff-Wichser Die Fluff-Wichser Fluff-Wichser Ja, was soll das, ey Holy Shit Guck, guck dir das mal an, hier ist Twig Schräger F*** F*** Komplett Ich hatte eigentlich die Idee, sowas zu bauen, oder? Wtf oh okay i see easy raise easy profit ja pass auf sollen wir hier noch eben das hier aufmachen also wo ist der tc ist halt die frage in einem dreieck ich muss sagen sehen wir das nicht sogar verpackt an der einen stelle ist das ein triangle das kann schon engel nimm mal den stein bitte hier raus und kräfte mauern wo ist das denn guck mal hier ich glaube hier geht es rein guck mal hier steht eine jungs hier steht noch was ist das denn das locker profit und guck mal passt so dass ich bin hier drübe die grüne kommt man hier rein da oben ist eine box drin aufgebrochen noch auf der springer hoch der dropbox meinst du ich bin mal hoch da liegt ein berg drauf siehst du das muss die hinteren gebrochen wir haben irgendwie eine red bis mittlerweile macht einfach war das aber wir brauchen wir brauchen mehr kisten ohne witz ich baue schnell eine red bis ok oder noch besser noch besser das habe ich noch besser wäre ein paar leiten wir brauchen hier leiten auf jeden fall ja wir hatten natürlich hier passt auch wir machen es uns einfacher ok wenn man es richtig ist es ist so wo war das so dass hier genau das die kommen wir mit wir haben noch eins ja genau kommt man mit nach draußen erst mal scheiße wir kommen gar nicht nach draußen wochenleiter steht man vor die hätten kein holz so zu sowie fest komponenz waren irgendwo ein kleidzeiter von uns und hier ist ja die sie drinne bei den lechern ja 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 da habe ich auch mal verstanden war aber bei mir ja auch die bist du eine spätsünder gibt es ja eigentlich das gibt es ja eigentlich irgendwie ein seiler in dieser base hier 50 50 obere linke machst du denn dafür krach vital ich habe um warte doch mal gar nur kisten hier liegt alles um die späne aber man weiß ich habe gute idee ich habe ich lange studiert für diese idee kommt mit ich zeige euch die weh so weit weg kommen wir werden am kurzen haus warte mal safe call seid ihr mal ehrlich so und dann treibst du da ich doch mal hier chillen auch okay ich bin mir so richtig falsch was denn was denn der cloud kommt da oben cloud kommt da oben ich hab echt Bock drauf das war voll easy mach doch einfach ne leiter dahin bist du behindert was ist das denn was ist das denn ich weiß du bist du ein hild was denn ich hätte das ihr habt das hier weg gemacht ich hätte das square dahin gemacht was ist das macht jetzt einfach ne leiter dahin da hier hier da ist doch gut so es ist einfacher Jesus genau deshalb ich hatte keine Lust mit diesem Crouch stammkack ach so ich hatte die idee so ja jetzt habe ich es jetzt habe ich es guck mal hier drauf und dann so ja will jemand nochmal ne runde mit heimfliegen oder das würde Prozent 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 die Wartezeit die Wartezeit komplett voll jetzt werden eben zuerst folgendes ich habe nämlich folgendes ich bin ich bin guck auf eurem treibatisch sie auch oder was soll der betecken ich boxen die da vorliegen ich schaffte jetzt große boxen und legt die einfach vorstürzungen ich sag dazu gar nichts was denn wir brauchen keine red place wir klappen auch so ist was willst du wir lachen hier an und dann legen wir hier boxen langsam mal schlafen alle schlafen wenn du willst kannst du schon loot ich kümmere mich irgendwie auch um irgendwas was haben wir denn jetzt noch an raidstuff ich habe noch eine kv rakete drei band raketen und 8 expo munition ne 30 expo munition ist nicht so profit und noch schwefel ja er weiß schon ich glaube ich auch noch hier eine reihe erz oder fragmente gekochtes braucht das meine ich nicht fragmente 1,3k gunpowder gerade auf dir und das legst du heim oder ja aber wir haben ja auch eine 3 wegbank so dann pass auf aber das problem das ding ist du musst ja eh mit dem heli wieder zurückfliegen leer dann mach dich mal voll mit allen möglichen crafting stuff dann können wir hier craften oder so eine 3 wegbank aber ich brauche holz hier ist noch ein c4 drin bringt es mal mit ja scheiße ich komme hier nicht hoch ich habe einfach keine jumpskill haha vitali du bist in meinem lebensrecht was ist das für scheiße warum klappt nicht ach was ist das für scheiße okay vitali so klappt gucken wir mal gucken oh god lr 300 und nochmal lr guck mal unser ganzes stuff ist hier ja halt echt ist alles noch ja da guck mal deinen albaster auf siehst du das siehst du die facemask mit der chestplate links an der box und das auch die bütteln auf das auch die bütteln auf das ist dann aber so oft wieder und hier war die erledigt gespielt die wunderschöne da kommen wir können das ja schon mal von hier nach draußen ich sag halt da oben ist auch echt noch loot drin hier überall ist loot wir machen alles kaputt ok wir machen alles kaputt ey aber ich glaube wir sollten echt eine raidbase bauen fuck raiden ey ne du musst dich kaputt machen ne oh fuck wir müssen in diese kiste estef da oben an dir ja ja lass machen wie bist du da jetzt da hochgekommen so schnell ich komme da nicht hoch hier passt du ich ziehe hier hinten runter da kannst du nicht rüberlaufen schießt ihr? ja ja ich schieße ich kann einfach nicht jumpen mit der bolti? ja hier du16 es passt Fuck man! I made it! Oh, was kommen wir denn hier? Ich habe das Säckchen. Zwei M39 sind da drin. MP5 und alles scheiße. Ich bin schon wieder voll, fuck. Ich hab mich nie abgedroppt. Okay, ich geh mal schnell einmal Stuff Moven draußen in die Box ein bisschen. Knopf. Damit wir Platz haben. Okay. Habe ich gar keine Munition, eine Waffe ist auch gut. Wir brauchen schon Munition. Wo soll ich ins Hintoppen, Alter? Was denn? Ah, Schwefel und so. Boah, Junge, ich raste aus mit deiner Leiterplatzierung. Scheiße. Das ist halt nicht on point, du. Sorry. Ich... Ja, ich habe nicht so gut Leiter studiert. In der Universität. Digga! Hm? Nehmt mal den Scheiß her. Ich raste hier gerade aus. Was für Scheiß du meinst? Oh je. Oh je, alter. Hast du... hast du irgendwie heute einen schlechten Tag gerichtet? Ich raste hier gerade aus. 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 Kannst du schlafen gehen? Ich mache weiter. Und ich habe das Gefühl... Denkt man sich die Kiste unterm TC... Ist da der Webbench nicht schief. Wow. Das war ein Pfeifen! Ne, ne, Freunde. Das Lachen. Das Lachen. Nicht mit mir, boy! Hiiii. Hier ist noch Holz und Kram. Ey, die spawnen hier teils auch ein paar Sachen. Ich sehe hier keinen Grundfügen Bandages. Sollen wir Schilder auch respawnen? Ja, ja. Ja, ja. An sich brauchen wir es zu bauen. Lass mal nur Full-Gee mitnehmen. Scheiß auf... Uhrzeit, kacke. Und lass mal nur... 5-5-6-Monny, lass mal keine Shotgun-Monny mitnehmen. Keine Pistel-Monny. Nur Hochgeschwindigkeitspistel-Monny. Könnt ihr mal den Scheiß nehmen, dann kannst ich langsam... Ja, ist gut. Sag mal, hast du Probleme oder so? Gehst du zu Arzt? Ja. Ey, warum habt ihr nicht das vorher so gemacht? Das ist die beste Lösung. Wer hat das gemacht? Ich. Sehr schlauer Mann. Aber hey. Let's go. Außer halt die Kills. Ja klar, die Kills. Ja klar, die Kills. Außer ein Kills. Morgen kommt online und sagt... Oh, offline Raider! Vielleicht kommen die ja gleich schon online. Aha. Hattest du nicht noch voll viel Kohle auf? Kohle? Ja. Ja, 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 ja. Die ist draußen, ne? Hast du Dings mitgebracht? Ich geb's alles in der Kiste, damit ich hier endlich... ...aus der Pusche komme. Oh, jetzt ist die Scheiße dunkel. Brauchen wir einen Jack-Imagent, oder? Hier, guck mal. Ja, ja, ich nehm's mit. Tut mir leid. Ich bin ein bisschen verrückt, du weißt schon. Ich weiß gar nicht, warum der Scheiße. Wir haben gar nicht so viele Kisten. Ähm... Craft mal ein paar Kisten einfach. Ach wirklich? Stopf mal diesen Drop-Off-Duty-Club voll. Der ist voll. Ja, mit Kisten. Bis oben hin. So, dass das Turret nicht mehr mehr absavet. Ja. Jetzt aber keine Schussfläche mehr hat. Nur Kisten aus. Soll ich ihn craften? Na, was willst du? Ich kenne beste Lösung, willst du sehen? Zeig ich dir. Gehst du hier. Gehst du so. Dann gehst du so. Beste Lösung. Gehst du mal die Holzgrotte. Okay. Ah. Hier. Hier. Je rein. Das, was schon mal das lägen? Hier. ain.. Guck mal, ich die spawnen schon fast alles. Halt echt. Aber egal, die haben auch alles von uns... Die haben wohl echt alles von uns gemoved, ne? Ah, Mirror AX. Also, was craftet du, Schiller? Ich mache Gunpowder. Gunpowder? Okay. Guck mal. Heute wieder so ein schönes Fest. Geil. Ich werde den kompletten Tag verbinden. Ja, was würdest du jetzt weiter machen? Hier. Die hier würde ich aufmachen. Diese Garage-Tour hier. Dann würde ich da oben das Fenster aufmachen. Also, ich würde erst mal hier das aufmachen. Und TC, ne? Ich schieß mal eben meine restliche Expos auf. Komplett voll misshacken. Ähm, hattest du nicht noch ein T4 oder so? Dings? So, das war alles, was ich noch ein Expo hatte. Ich despawn mal hier noch den Hazzmat. Ich despawn noch mal den Python hier. Ja. Fick durch. Keins Pison mehr. Eins noch? Keins mehr? Keins mehr? Wer hat denn die letzte Python genommen? Fink. Blöhm. Da meinst du man kriegt durch den Schlitz Brandmunition reingeballert? Ist ja so sick, ne? Was ich mein? oh was denn man vitali wir haben doch jackhammer können wir weak side raiden guck mal machen wir einfach von hier brauchen wir gar nicht so viel ja wir haben nur einen jackhammer oder hast du noch irgendwo angesehen sieben raketen wie ist die erf sieben raketen sieben raketen 1c4 reicht das nein oder was draufkneiden guck mal wie gesagt guck mal auf die hp und dem ding guck mal auf die hp ich glaube also kaputter in der kiste war das wahrscheinlich die pfeil hola hola kein schießpulver für die schießpulver für die raketen ich will vergessen doch mitgebracht rechte ich habe alles den sprengstoff gerade verkauft krep 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 kannst du mir gerade mal noch ein bisschen Sprit geben ja leute gebraucht apropos hier was las ich denn hier apropos hier gibt es einen Trick wie man da richtig schnell hochkommt ich zeig dir den einmal kurz wenn du so gehst ach über crouchen ja man ach fickene Fische feckene Fische feckene Fische feckene Fische feckene Fische kaufen sie schon freche feckene Fische heute gegessen ach Gott kriegen wir es hin da ey hier sind drei Stacks Pistolenmoney kriegen wir es hin das mit Pistolenmoney bisschen zu damagen der airdrop kommt genau hier in dem Fall runter ach nicht ja wenn er halt durch die weg sei dachte ich aber das hilft nicht er kommt genau neben uns runter what the fuck das ist das ist das auf 25 irgendwas versteht gut 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 ich glaube nicht aber gut gut ja er war voll in einem gut dann fliegt doch es ist zu bestimmen ja auch nicht so ich war schwarz schwarz bis helles ach keine Lust ist keine Lust das Ding zu crashen ey dann lass mich fliegen nicht ganz gut bei Nacht ich habe schon erfahrung ich kann gut bei Nacht ei he 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 aber nur wenn es dumm ist he 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 willst du sehen wie ich gut fliege ja ok dann dann brauchte ich immer darauf bereit gleich den loot zu suchen deswegen sterbe ich merke wo wir runter gehen ok sehr gut SN ich fliege es ganz schön quer alter ja das ist absichtlich, ich habe paranoia für Outpost das ist quer ajudar ja, ne, klar ich habe ein bisschen paranoia für Outpost ich glaube die schießen nach uns fortunately an estadounm добавung bestätig lang behind chik chik chikk fack ist einfach so etwas von hell schon bei sonnenlicht w05 Pit jetzt hätte ich aufliegen können schiff kommt gerade keine lust jetzt wehtabbruch schiff ist da we come raid again we come raid again tomorrow don't go offline das war mit dem morgen zu deren base genau das sagen was die zu uns gesagt haben we come we come tomorrow raid we raid everything ich glaube es ist schon zweimal erst mal doch habe ich gedacht du hast gekraftet doch die das was du ganze zeit gemacht dorki 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 ach ich bin grounded beim erdraht eigentlich gar nicht so schwer so eigentlich nee nee ich bin grounded weil ich der 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 witzig bei zweitens sind bloß morgen früh gerät später am amt gerät sind dann kotze ich im schraub ich sag's hier nur mir ist eigentlich lieber wenn wir gerät werden das loot macht zufragen guck mal Toki ich hab' ich gehste 1 2 vielleicht sogar noch eine dritte achso ey bring doch mal schießpulver mit esse ja mann ich hab 600 auf mir noch ich guck mal was ich noch zusammengekratzt kriege brauchst du noch rohre oder krabbeln wir brauchen noch rohre ja was genau tun wir hier eigentlich raiden ohne syringes und mit full gear wo genau ist hier eigentlich ich versteh grad gar nichts mehr ey das witzigste überhaupt wär die farmen so 2 zu 4 ne und gehen morgen beten die turrets und gehen nur in den drop-off loot rein wir kriegen ja für den ganzen loot wie das das ding ist ja halt sonst jährige platz zu verstauen das ist eben schlimm ja das ist echt ein bisschen ja ich könnte uns noch eine dachebene bauen wo wir so lösen haben irgendwie so kleiner soll ich das machen irgendwie so verstreut so ein oder zwei lösen und dann ganz oben aufs dach kein dachaufgang und dann einfach nur so und mit vollkommen ganz ganz oben auf dem dach das war hier oder das ist aber auch gut gut ich bin bei der grünen gut 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 und das ist sicherlich immer äh für Menschen ja ich stehe gerade und dort hält und gut 5 5 5 5 gut für mich abgeben 3 5 4 4 2 4 4 5 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 6 5 5 5 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 12 10 11 11 14 11 14 15 15 20 22 22 21 Rockets, sieben Rockets, scheiße, hier ist noch mehr Schwefel, oh hier liegt noch tausend Rockets, Kohle, das hast du wohl übersehen Ein BTC kriegen wir das andere Fenster gleich einfach rausgenommen Ja Hoffen wir, dass da noch irgendwo Explosives sind und dann können wir hier weiter springen Aber hier, Toki, du kannst auch gern pennen gehen Ja, aber Und du willst zwar gestern bei Kevin außen, wenn jemand richtig müde ist, ihr müsst nicht Haram Haram? Ja Und wo ist eigentlich Raketenwerfer, ich weiß nicht Ich habe nicht gesehen Daheim gelassen oder was? Hast du Raketenwerfer gesehen? Wir hatten doch drei Stück, wo ist alle hin? Ich glaube liegt draußen einfach so in Box Alter Ich gehe mal gucken Mal gucken Also richtig Achso ey, was wir gestern herausgefunden haben Wie man Schoki Hör mal Ja Warum liegt die einfach eigentlich Spasszölchrot drin? Dote App Bastow das klingt zick sieht scheiße aus, klingt aber gut und mit Rückschussverstecker klingt es wie eine LR300 ne? stimmt, mit Rückschussverstecker, jaja hast du da irgendwo einen? das ist voll komisch ich guck mal ob ich hier einen hab oh was haben wir hier denn noch schönes? das gefährden wir doch man hat sich richtig sicher gefühlt ja man hat sich richtig sicher gefühlt hehehe wir werden nie geraden komm rade du moro komm rade du moro we rade du moro we rade du moro we rade du moro he has dick he has dick wie wohl rade von wo soll ich eigentlich schießen ohne dass ich uns alle in die Luft jagge ich mach mal von hier hinten was willst du denn aufballern, alter? die wall gleich neben dir wie willst du die von da hinten wala piep 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 hehehe 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 scheiße hehehe 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 ah fuck eigentlich ist es gerade minder weißt du was ich nämlich machen könnte das ding ist guck mal wenn ich hier jetzt so gegen sprayer mach ich der tür splash damage das mach ich mal ja ne ne warte 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 bevor du jetzt was denn live hat die wall noch welche wall wie viel live hat die wall noch welche die du da rum sprayst 700 700 mach mach die 501er foundation die hier vorne ist ja man wo du drauf stehst die foundation weg aber lass mich erst hier raus danke aber da hinten krieg ich splash nämlich auf die hq tür ach so ach so oder guck mal die hier seht ihr den ich komm da nicht hoch mach doch mal ne leite du musst rechts nein guck mal guck mal guck mal guck mal guck mal du musst den gehen jetzt da auf das linke guck ja und jetzt crouch ich weiß aber ich hab die doch das musst du jetzt wohl machen ey wenn ich doch hier so damage ich krieg doch mit der splash damage ich hier geh nicht schieß ich hab gedacht du willst nur tc haben mir ist es egal du übernehmen dann die base und dann ich mach jetzt hier Achtung Achtung Vitali Achtung Vitali ich hab nur noch 25 HP hab ich bisschen auf auf nicht so gute ich geh mache lieber von hier äh mit was besser aber ich muss was essen ich sterbe sonst reicht das überhaupt nicht was mhm nö äh 388 von 388 ja dann wirds wohl oder übel doch die foundation sein ne die müsst ihrs wohl dran glauben Achtung 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 was ist passiert wo warst du denn schon wieder wo ist der denn ich seh den gar nicht wie ist der denn hier jetzt gereckt ich dachte er wär da drinnen irgendwo ich wollte mich gerade looten mann du Assi ich hab dich entscheidend das Foundation geschossen hat ihm hier gesplasht ich hab noch eine HV toll und ich kann noch Explo-Money ein bisschen kaufen hilft eventuell auch noch 9 warte was fehlt denn Schwefe warte noch irgendwo Schwefe ich krieg da mit hin 12 x 2 24 ja 24 ist Profit ne ja ei ja ich glaube du kannst Frau Kuczeker ne ich hab gedacht du raiden ne ich hab gesagt dass wir hier die Bauer bei der Spiegel was ist denn mit dieser Sonne los können wir das schaffen Bob der Baumeister Bob der Baumeister dass wir bitte diesen Remix machen der wird sowas von junge die Idee wird uns geklaut weil ich es noch live mache NIEET hr 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 M und schießt doch nicht das ist Brandenburg was ist das Basti noch hat der auch gar nichts mehr zu tun zu tun hier ist mir so ein scheiß brand munition wie gut das einfach geht ja ich hab gesagt krass das ist so das ding am ende des tages jetzt sind wir mit dem jackhammer in der feindlichen base und hammert da einfach wie so verrückt ey wir hatten doch hier über 1000 scrap, ah die sind schon gemoved hey toki, willst du vielleicht schon mal einen run nochmal machen, das dauert noch ich muss jetzt glaube ich alle nach allen fünf schlägen reparieren hör mal dich hoch hey und du bist safe wir kriegen das dann nachher hin also wir dürfen das dann looten ja ne ja es geht die dings liegt ja drauf das dach also das dach mit zusammenbrechen ok ich werde dir glauben toki und selbst wenn es nicht holtere dann kann man immer noch eine andere option ich würde so gerne einfach wegfliegen aber es funktioniert nicht wenn ich nicht auskomme weil leider so gut geplayt wir ähm jetzt kommt der basti wir machen jetzt erstmal das aufgabenverteilung aufgabenverteilung ich habe keine ahnung was ich hier drücke gerade die typen hatten auch gar keine ahnung wie man grieft wir machen einfach einen wir machen mitten in die base ein 1x1 und dann machen wir aus komplett haku machen komplett zu und haku jetzt das hier auch nicht abgibt ne also ein bisschen haku lassen wir hier für wir sind die einzigen auf uns selber drei einzigen ist schon gerade live slavische leben ist nicht einfach drei projekt weißt du bescheid was ich meine ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin zahl das langsam problematisch ich ich bin schon nicht mehr zum zum 34 glaube dann haben die auch noch die super hässliche ugly kiste hier rumstehen die bastardi also was kinky kiste kinky kiste kinky kiste kinky kiste oh gott 22 hp jetzt gleich geht das so nicht kaputt so kann tc ist da so nur so ein bett so was zum schlafsack zu bringen oder einfach so eine note so eine kiste mit so einer note ja no tc ist a prank du hattest main dude in rock du hattest main dude in stash try to fight schäbisch schäbisch hier hier meet hier 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 ich mache direkte alle auf hier alle toren mit rocket hier wer will mitmachen hier eine rocket launcher und rocket hier Yagami, bekommst du noch ein paar Zivir, hier. Kommst, kriegst du noch Zivir. Lass mich alles verballern, der ist. Ja, man, lass es alle komplett aufmachen hier. Ja, bin ich dafür, ey. Ich würde jetzt erstmal da weiter oben gucken, bei dieser Tür da. Die Hakuche dann gegenüber, dieser... Hä, was war das jetzt hier für ein Loot? Das ist Mail-Loot. Erstmal machen wir jetzt mit dem Hammer-Mail das hier oben auf. Wenn wir ja geloogt haben. Ist alles offen? Wieso ist das so, Leute? Wieso ist das so? Ist gar nichts, oder? Willst du mich mal kurz da hochboosten? Noch gucken, ich will wissen, ob da was in Kisten... Kann eigentlich nichts sein. Ist das da? Ne, da ist nichts. Ähm, da geht's ja hoch. Ah, da geht's doch hoch. Was passiert das auch? Ja, lass, äh... Und hier, guck mal. 320 die Tür. Hier muss auch noch ein Looting-Room. Okay, Achtung, komme raus da. Ich will nicht wieder Team-Killen. Weiß, was ist denn hier in der Kiste? Achtung, ich schieße. Boom! Ich glaube, du wirst sterben. Ja, du bist safe drauf, hier. Ja. Hey, ey. Hey, ey. I hate... Was denn? Was soll das denn? Leute, sind hier nur mehr Kisten! Ich sag doch, das ist Looting-Room. Das ist Horror. Ich nix wissen. Oh, oh. Oh! Oh! Basto. Guckst du in die Kiste, sagst du, was du davon kennst. Komm wieder nicht hoch! Oh! 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 Alter! Gönn dir mal, das ist das Krankeste überhaupt. Basto, nimm das auf und lies mal bitte laut vor, wie viele das sind. Sag es! Sag wie viele Kameras! Sag es, Yagami hat nicht gesehen. Ich habe rausgelandet. 30, Junge. Wie viel? 34. Mit der Tech-Trash, Alter. 30 Autotutes, let's go! Die sind so abgefuckt. Ich bepiss mich gleich, Alter. Alter, jetzt müssen wir nur noch an sich move'n. Wir haben alles. Ah ja, und das DC zu griefen, ne? Ah, warte, das muss auch noch aufgemacht werden. Hier kann auch Stuff sein. Hinter der Garage-Store. Ich mach dich schnell auf, die Jungs. Achtung. Ich schnell wieder raus. Garage-Store hat C4. Welche, welche? Die direkt daneben dir. Und denk dran, wir haben doch das gesagt mit der Dreier-Werkbank. Keine Dreier-Werkbank. Ach, warum? Wie ist diese Box eigentlich hier so kacke? Warte, wir haben doch jetzt DC. Ach, Leute, komm ich auch hier so hoch. So, pass auf. So, ich muss einmal ganz kurz... Ich schieße jetzt nämlich eine Rocket dahinten rein. Nicht bewegen. Ach, hier, da ist Fat Loot noch hinter. Ja, aber wirklich. Boah, ja, noch in der Kiste. 12-9. Noch in der M249? Ja. Wie viele haben wir dann jetzt bekommen? Ich habe jetzt 5 auf mir. 1 ist in Base, also 6 M249. 2 sind in Base. 2, ey? Ja, wir hatten eine Medi noch. Ja, aber die zählt ja nicht dazu, zum Raid. Oder? Ja, wer lässt mich nicht raus? Ey, komm, wir machen jetzt... Bist du stuck oder so? Nee, ich will mal anfangen, hier zu... Was ist das denn hier? Hier liegt alles auf dem Boden. Metallfeder brauchen wir. Was brauchen wir? Metallfedern. Für was? Für was? Für Waffen. Es denn, für was? Für Waffen. Wir haben Waffen, Alter. Warte, 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 Vitali. Mach ich ganz schnell eine Brandrakete drauf. Ich wollte gerade sagen, ja. Oh, das ist richtig raus. Ey, Basch, du, nein, es tut mir leid. Komm schnell raus. Schnee raus da. Soll ich noch doppelt Hilt besser? Ey, ohne Witz, habt ihr alle CC'd? Ich mach das dann direkt hier zu, oder? Achso, nee, warte, warte, warte. Wer wirft denn... Alter, Toki, hast du eine AK auf den Boden geworfen? Ja, die ist kaputt. Ja, und fast. Die kann man reparieren. Ist das dann eine Facemask, Toki? Der fuck, der lässt einfach Facemask nicht spawnen. Digga, ich hab so viele Facemasks. Das ist halt so lächerlich. Man kann nie genug Facemasks haben. Alter, geil. Wie viele Trigger-Machines? Junge, der hat die ganzen Trigger-Machines rausgehauen. Alter. So schnell wieder mitnehmen. Das war... Ich hab ja mit. Toki, Alter, der zervalte irgendwie ein bisschen komisch. Das ist halt so. Nein, mach einfach den Main-Loot. Lästet ihr die Spawn so. Scheiße, ich werd von Feuer gefickt. Ich steu... Das Feuer kommt hierher. Wie kommt von Feuer hier rein? Scheiße. 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 Ich hab kein Ressort gesehen. 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 Oh mein Gott! Feuer kommt Feuer! Scheiße! Feuer kann laufen! Scheiße! Wie viele Komponents sind das bitte? Ja, aber die Hälfte davon ist von unten Und da ist so viel Haku Ja man, wir move'n das jetzt auch noch